Forstinger feiert sein 60. Jubiläum und beschenkt sich selbst mit einer neuen Filiale. Diese steht im 21. Wiener Gemeindebezirk. Den Eingang in Hochglanz schwarz feschender Aufmachung, das ist neu und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt an. Sofort fällt die neue Shopgestaltung auf, die ein ganz neues Einkaufserlebnis bringen soll. Forstinger feiert ja heuer seine 60 Jahre und ich denke nach 60 Jahren war es Zeit, dass wir mal ein bisschen eine Makeover durchführen und unsere Filialen ein bisschen modernisieren und neu stylen und jetzt haben wir eine ganz neue Filiale, die siebte Filiale in Wien und die 89. in ganz Österreich und da haben wir uns ein bisschen ein neues auftreten und ein neues Konzept überlegt und das haben wir hier jetzt an dem neuen Standort einmal umgesetzt. Ja, es ist noch Forstinger, aber es ist anders. Es ist heller, freundlicher, moderner, aber ganz ehrlich, zum 60er. Da kann man sich schon so einen kleinen Beauty-Eingriff gönnen. Aber nicht nur die optische Aufmachung, auch das Sortiment zeigt sich modernisiert. Kfz Pflegeartikel gibt es genauso wie Ersatzteile, Freizeitartikel und Motorräder in allen Formen und Antrieben. Neu beforstinger ist beispielsweise Horwin, eine Marke, die sich auf Elektroroller spezialisiert hat. Auch Elektroscooter, Kinderräder, normale Fahrräder, Klappräder, E-Bikes, eigentlich alles da, was das Zweiradherz so begehrt. Forstinger ist der Fachmarkt für Mobilität und das nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser mit einem Stand-Up-Paddleboard, sogar in der richtigen Farbgebung. Spannend. Das ehemalige Auto-Ersatzteile-Geschäft für den Selberschrauber ist mittlerweile ein Eldorado für nahezu alle Arten von Mobilität, aber auch Freizeitgestaltung geworden. Ja, es gibt einen sehr guten Spruch, der mir gut gefällt. Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das trifft auch für Forstinger zu, das Thema individuelle Mobilität, dass wir seit 60 Jahren unser Steckenpferd ist. Das hat sich gewandelt über die letzten Jahre, hat natürlich jetzt noch das Thema Elektromobilität noch einmal einen Schub bekommen. Und da müssen wir einfach dabei sein und unsere Produkte und Sortimente entsprechend anpassen und die Dienstleistungen so anpassen, dass die Kunden das bekommen, was sie gerne hätten. Auch die schönste Frau Europas, Beatrice Körmer, schaut gerne bei Forstinger vorbei. Ja, also warum bei Forstinger? Es gibt ja 89 Filialen in ganz Österreich und man hat einfach immer und überall einen Ansprechpartner. Und ja, das ist einfach sehr angenehm, wenn man ein Problem hat, dass man immer gleich die richtigen Fachleute bei der Hand hat. Fachleute ist ein gutes Stichwort. Denn auch die neue Filiale in der Prager Straße verfügt über bestens geschulte Mechaniker, die in der topmodern ausgestatteten Werkstatt Auto sowie Mopedservices, aber auch Reparaturen wie beispielsweise einen Windschutzscheibentausch durchführen. Die klassische Paragraph 57a Bickerl-Überprüfung wird ebenfalls angeboten. Das Schöne bei Forstinger Filialeröffnungen ist auch immer das Bittel rundherum. Es gibt immer Essen, es gibt Spiele, es gibt Autopflege für Jung und für Alt. Also ich freue mich schon auf die Nächste. So. 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 So.